Ich glaube, es war immer wichtig, einen frischen Wind in den Bundestag zu bekommen und politische Verantwortungsträger auch schon früh spüren zu lassen, was es heißt, was es heißt, tatsächlich in die Mechanismen von Entscheidungsfindung hineinzukommen. Und ich glaube, ein Mix der Generationen tut einer politischen Institution mit dem Bundestag nur gut.